Autopflege einfach und effizient, das ist es, was Könnerinnen und Könner auszeichnet. Und ein wichtiges Tool dafür ist natürlich das Trockentuch. Und da gibt es jetzt Trockentücher mit Hunderten von Tausenden von GSM, das heißt sehr, sehr dicke, schwere Tücher. Und es gibt das G-Technik MF4 Trockentuch, ein sehr leichtes Trockentuch, günstig und trotzdem hocheffektiv. Und wenn dich das interessiert, wenn du dein Auto an der Waschbox wächst, herzlich willkommen bei Chemical Shark, schön, dass du dabei bist. Dicke, schwere Trockentücher, da hat G-Technik gesagt, no, 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 das machen wir anders, wir überlegen uns etwas und rausgekommen ist schon vor einigen Jahren allerdings das MF4 Trockentuch. Meine Meinung nach eines der am meisten unterschätzten Trockentücher am Markt überhaupt. Es ist auch sehr, sehr günstig, ein hochinteressantes Trockentuch. Und deshalb möchte ich so ein paar Sachen mal zeigen. Ich habe es ausgepackt, das Erste, was auffällt, wenn ihr das Tuch seht, dann denkt ihr, na, das kann ja nicht so weich sein. Wenn ihr es in der Hand habt, dann denkt ihr, oh, das ist aber ganz schön krass weich. Und das ist so eine Sache von dem MF4 Trockentuch, Diamond Sandwich Tuch, wo man sagt, na ja, wenn man das jetzt so sieht und es ist trotzdem so weich, dann ist es vielleicht ein Geheimtipp und genau das ist nämlich das MF4 Trockentuch. Die Struktur, ich habe hier eine Diamantstruktur, also unabhängig von der Faser habe ich hier so kleine Diamanten drin und die sorgen dafür, dass das Tuch, selbst wenn es mal voll ist, problemlos ausringbar ist. Wir haben von der Mischung, also das heißt von dem Blend sozusagen, hier einen 70% Polyester und 30% Polyamid, so wie es auch bei den sehr, sehr hochwertigen Trockentüchern mit sogenannte aufgesplitzener Faser der Fall ist. Aber wir haben einen entscheidenden Vorteil, wie gesagt, dadurch, dass die Struktur so ist und dadurch, dass auch die Faser so ausgelegt ist, kann ich das Tuch, wenn es voll ist, einfach ausringen. Abmessung. Abmessung von dem Tuch, 60 x 60 cm, das heißt wunderbar kann man das Fahrzeug damit sauber machen, kommt an den Seiten entlang und ich kann es aber auch falten. Das Falten hat dann den Vorteil, dass ich also auch tupfend dann anschließend nochmal drüber gehen kann, ohne dass mir ein Teil von dem Tuch, weil das einfach zu groß ist oder sich nicht richtig falten lässt, dann auf dem Boden rumhängt. Das ist gerade so, wenn man dann die Touren sauber macht oder dergleichen, die Touren trocken macht oder dergleichen, ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der absolute Brüller bei dem Tuch, meiner Meinung nach, ist der Preis unter 15 Euro, ich glaube 12,50 Euro zurzeit bei uns im Shop, das MR4 Diamond Sandwich Trockentuch. Auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Ihr könnt es ja auch einfach mal bestellen, wenn es nicht gefällt, schickt es wieder zurück. Das ist natürlich auch gar kein Problem, aber das MR4 Trockentuch ist meiner Meinung nach wirklich hier absolut total unterschätzt, bekommt viel zu wenig Klicks, wird viel zu wenig beachtet, ist aber wirklich ein Top-Trockentuch. Auch mal vielleicht als interessante Geschenkidee für den einen oder anderen Einsteiger in die Autopflege. Link vom MR4 Trockentuch findet ihr unten in der Beschreibung, das soll es gewesen sein. Vergesst das Abo nicht, wenn du noch nicht abonniert hast, hier bei Chemical Shark, dem Kanal für Detailing und Outdoor-Pflege. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Bis zum nächsten Mal.